Achtung Achtung jetzt wird's wieder heiß und fettig ich habe heute eine try not to love challenge am start beziehungsweise erstmal einen bug denn das hier freunde ist irgendwie komplett ihr seht das schon unten das Guinness World Records Video obwohl ich hier try not to love stehen habe ich habe keine ahnung ich drück mal f5 mal gucken was passiert nix muss ich einmal aus dem vollbild raus also das ist das video ah jetzt haben wir es jetzt haben wir es okay wir gehen rein würde ich sagen und gucken uns das an ich habe keine ahnung wie das zustande kam hatte ich auch noch nie ich drücke auf das video und denke das hast du doch gestern angeguckt so als erstes das dachte ich vielleicht noch okay das kreu so ein bisschen durch ja das ist das Guinness World Records Video gewesen naja wir gehen zur nicht lachen challenge gucken wir mal ob es lustig wird oder nicht wir werden sehen funniest viral videos wie immer gucken wir mal die lassen alles raus alter wie redet die da noch was ist das für eine dicke katze alter das ist doch nicht gesund was ist bei der los rose was a red my face is too but that only happens when i'm around you i'm sorry i have no pick up line so maybe you can help me pick a line god took his time with you what did god send you for because i've never seen an angel before are you okay because i want a piece of that kinder nachrichten vor die du bekommen hast das ist ziemlich creepy irgendwie thanks are you bank loan because you have my interest hey did you fall from heaven sir that would make me a demon to know how do you i hope you like mexican food because i want to wrap you in my arms and make you a baby rita der war vielleicht nicht schlecht ich würde die natürlich alle annehmen freunde gar keine frage ne der packt ariel da rein oha alter ganz viel schaum was ist mit dem was ist das eine rattle oh fuck das ist so eine wasserrattle oder so kippt das regal hinter ihm um der gönnt sich richtig pepsi ah ich habe mich umgekippt ok jetzt habe ich etwas auf meine hand geschrieben du musst versuchen was es ist und wenn du nicht wissen was es ist, dann erzähle ich dir was es ist aber du musst versuchen es zu wissen pizza nein, versuchen es wieder äh, zupaste nein, versuchen es wieder nein, versuchen es wieder äh king back nein, versuchen es wieder beatbox nein, versuchen es wieder tik tok nein, versuchen es wieder popsicle nein, versuchen es wieder steven stilberg nein, versuchen es wieder funny nein, versuchen es wieder es wird weitergehen, oder? nein, versuchen es wieder nein, versuchen es wieder oh mein Gott, nein Guter prank also prank in Abgrundstriche NOOOOOO oh komm on ho her ha 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 I hate you habe ich nicht ganz verstanden was macht der oha irgendwann mache ich das auch mal freunde dem ist früh aufgefallen dass er auf dem behinderten klo war das ding so dinge hat man schon öfter gesehen so roboter der lässt sich das bier aufmachen oder was ist da los naja spiele fifa der kam fast durch freunde was passiert da alter amm you're slower than a turtle die oma check das gar nicht so ganz also man soll ja niemals nie sagen aber ich glaube ich würde meine oma nie so ins internet ziehen oder so wenn die irgendwann ankommt und sagt hey stefan ich will wissen was du da machst also die weiß ja was ich mache aber halt nicht so mega genau weil die kennt sich halt mit internet und so gar nicht aus die ist halt auch schon alt da werde ich sie sagen und so und auch zeigen vielleicht aber halt nicht so kommen wir machen videos zusammen oder weiß ich nicht finde ich persönlich also bei auf so einer ja nicht gute art und weise sage ich mal bei marmeladen oma ist ja die ließ bisschen vor hat spaß und so aber meine omi ist auch so genug beschäftigt ha 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 bacon you're already pretty porky i'm nuts about you i'm sweet der sound ist auch nicht genau so my girlfriend just learned how to knit and decided to knit me a beanie for the winter um die katze chita einfach oh my god look at me beanie look at this beanie guy kann man mit rausgehen hey max you should probably do better oh god die fliegt hin oder please listen was ist das hey was war das hat er sich das festgebunden krasser typ freunde hey yo tyrone stop kicking my seat where's my mom she told me to pick you up from school today because she had to work overtime my daddy's gonna kick your ass hey don't talk like that yeah but he is gonna kick your ass oh yeah well your dad's not here is he oh you haven't met him since you were born yeah only because he's on his way back from the grocery store hey man stop kicking my seat no okay my dad don't kick your ass my dad don't kick your ass yeah but cool gemacht must i say that's what my dad would say what in the san juan hill is that hot oh 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 okay oh Geil, für Fotos machen? Das sieht bestimmt cool aus, das Foto. Ich würde das Foto gerne sehen. Okay, listen you guys. We're just out here. Just try to live our best lives and black out and f*** your dad. Hi. Hi. Is your dad available? Okay. Was hat die da für Tiere? Die interessiert das gar nichts, ne? Die hat es einfach null gecarried. Die Mom feiert das, ne? Was machen die da? Warum machen die das? Haben die Langeweile? Ich versteh es nicht. Weil das, weil nicht die Jungs hören. Sie können es nicht, die fühlen. Okay. Kann es nicht, die fühlen. Ja, ja. Danke für das Schicksal. Die Jungs können es nicht, die fühlen. Du willst keine Jungs hören, nicht? Genau. Du willst keine Jungs hören, nicht? Genau. Also nicht die Jungs hören, denn sie können eure Gefühle. okay hört nicht auf jungs freunde die können eure gefühle zerstören die ganze pizza der hat einfach schön die haare gestreitet warum hat er ein nackenkissen die erste frage zweite frage warum hat er die cab falsch gemacht dritte frage warum hat er wie heißen die dinge habe ich vergessen wie heißen die dinge ich weiß es nicht diese kopfhörer von iphone drin was ist mit dem okay okay freunde also ihr solltet blinde frauen daten warum auch immer also warum auch nicht ne aber warum die jetzt blind sein muss ja weil alle hässlich sind das meinte der natürlich aber schönheit liegt im auge des betrachters mit dem satz will ich das video abschließen wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollt ein abo schaut auch gerne bei meinen anderen videos rein bis dahin und rein tschau oh 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 Vielen Dank.